So Leute, der Bro hier. Wir spielen Last of Us im Multiplayer mit der Kati, dem Wex und dem Fokka. Moin. Das war ein Dett von der Begrüßung. Das erkennt man doch ganz klar. Ja. So Leute, der Wex hier. Ich sag mal Moin, Leute. Ja genau, ich sag Moin, Leute. Ich sag's auch so, Leute. Moin, Leute. So, Leute, der Wex hier. Jungs, hast du noch? Ich hab noch ein paar Jungs, danke der Nachfrage. Ich hab hier drei um mich herum, jederzeit. Oh Leute, ich könnte so kotzen, ich stand echt acht Leute vor 120 und jetzt ist alles weg. Darf ich noch mal meinen Leitklang? Ich hatte keinen K.O. mit der Bombe. Klasse, ich hab vergessen, auch zu nehmen. Oh, sehr gut, Wex. Jeder hat irgendwie ein Problem. Zu, ja, willkommen zurück. Wex hat keinen K.O. mit der Bombe. Blue hat keine 120. Nein, ich hab keinen K.O. mit der Bombe. Ja, hab ja gesagt. Nee, du hast gesagt, Wex hat keinen K.O. mit der Bombe. Ich bin nicht Wex. Ich hab auch gesagt. Verdammt, ich hab keine Mission ausgewählt, ich hab gar nichts ausgewählt. Ja, dann kriegst du irgendwas. Klasse. Das ist so dumm, ich hab achtmal käuflich ihre Waffen billiger. Was bringt mir das? Ich hab das irgendwie über 20 Mal. Ich nutze sie. Ich hab kein einziges Set mit einer käuflichen Waffe. Ich sag immer nur zu, Leute, wenn ich... Vergess aufzunehmen. So, Leute. So, Leute. Oh, so, Leute, willkommen auch bei mir zurück. Rade, das war ja ganz schön lastiv gerade. Was denn? So, Leute. Lastiv. Lol. Lol. Lol, voll chillig. Lol, lol. Halt so samtig. Hört sich auch nicht schlimm an, finde ich. Voll chillig oder so. Das ist 3-3. Also, äh, da ist nur noch gehen nach rechts und dann gehen nach links, okay. Ja, ich hab noch so zufällig böse. Ähm, was? Nein. Äh, Wex ist rausgeflogen? Nein. Ich bin böse. Oh, Wex ist nassig. Oh, der Part heißt alle gegen Wex. Ja, aber das wusste ja auch mal kommen, weil wir schon alle gegen mich und alle gegen mich. Jetzt muss noch mal, ne, gegen Bru haben wir noch nie. Und gleich muss ich diesen, ne? Das wird lustig, das wird lustig. Gegen Bru haben wir noch nie. Bru muss man alleine sein. Ich hab schon gesagt, ich will mal, dass ihr gegen mich spürtet. Dann werdet ihr nämlich mal geflamed von meinen Leuten, ja. Ja. Da wird ja geflamed von wem. Okay. Ja. Immer schauen. Ah, stimmt, wie, 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 wie alle uns gehasst haben, als wir Kati besiegt. Ja. Ja, wir wart ja auch die Asis hoch 10. Ich sag's ja nur. Nö, wir sind schon lieb. Seid ihr nicht. Wir sind handsam. Handsam. Das ist weg, so. Ich hab voll keinen Bock gegen Wex zu spielen, wisst ihr das? Ich auch nicht, Mann. Alter, hast du das weg? Ich hab keinen Bock gegen Wex zu spielen. Oh, ich bin tot. Bam, Headshot. Du bist doch... Ich töd dich Wex, ich schieb den Pfeil in den Arsch. Ich glaub... Verlaupt. Oh, Wex, glaub doch nicht Wex. Gib mir direkt einen Headshot. Ich glaub... Ich glaub Wex. Achtung! Ich hab den Wex, ich hab den Wex. Jawohl, Kathi. Ich hab jemand mit der Bombe. Was? Hast du jemand mit einem Headshot getötet? Hilfe, Kathi. Kathi, hilf mir. Was? Hilfe, Kathi. Hilfe, Kathi. Nee, andere Wex. Aber ich hab Wex getötet. Das reicht mir. Du leuchtest mal, ja? Du leuchtest aber auch. Ey, guck mal, unser einer Typ, was der macht, Kathi. Der hockt da in deiner Kiste und macht gar nix. Der Ryan, seh ich schon. Ja, moin. Was machst du in deiner Kiste? Das ist voll gut, der Ryan, hab ich gehört. Ja, ich hab's mir. Das war gut. Ich hab hier im Alleingang spielen müssen. Sonnig Wex. 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 Bleib mal stehen. Ich will dir was zeigen. Willst du mal einen Lackenhausen sehen, Wex? Willst du mal meinen schönen Bogen sehen, den ich hier habe? Das aber, da würde ich auch nicht reagieren, wenn mir jemand sagen würde, hey, ich will dir was zeigen. Guck mal hier. Ja, kommt drauf an, welches Geschlecht es ist, ne? Welches? Au, Wex, Mann! Bruga, komm, komm. Jedes Mal, wenn ein Headshot verpasst wird, ist es Wex. Es ist einfach Wex. Ich komm, ich komm, ich komm. Ah, Wex, geh weg! Nein, 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 nein. Bruga, hau ihn auf! Oh, verdammt, ich muss mich beeilen. Shit. Und weg hier. Bruga, geh, lauf. Nee, Bruga, renn, weil Wex ist da. Wex. Wex. Nein! Was so? Ja, moin, mach den Headshot, ja, moin. Er ist so übel, was das angeht. Hör auf damit, lass dich lieber von meinen Bomben töten. Jawohl, hat er dich? Ja, sehr schön. Meine Bomben haben dich lieb, Wex. Nee, das ist nicht cool, wenn ein anderer Wex tötet. Nur wir dürfen Wex töten. Ja, der Kill, der Kill war schon mies. Der war richtig gut. Wie hast du mich getroffen? Ich war am Laufen und du triffst mich einfach. Ah, neben mir ist jemand. Moment, ich hab Angst. Ich mag Wex übrigens nicht. Nee. Mag keiner. Wex, meine Bomben mögen dich. Ich hab drei Geschenke, ich hab drei Geschenke für dich. Ja, beides hat aber auch nicht. Wex, für dich hab ich kein Geschenk. Oh, die rollt immer so blöd, die blöde Bombe. Die hat voll das Eigenleben. Moment. Ja, na, hol ihn, roll ihn, roll ihn. Nee, das ist nicht ätzend. Ryan, du bekommst kein Geschenk von mir. Ich brauch der, komm. Aha. Aha. Nee, doch nicht. Aha. Also, ihr habt zum Beispiel einen Molli, wenn jemand Molli. Um Kuscheln. Wieso will ich nie jemandem Geschenke? Aber seid ihr irgendwie. Oh, 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 ex, hör auf damit. Ich mach doch nichts. Egal. Oh, eine Bombe. Dankeschön. Ich hab ihn. Nein. Nein, nein, nein. Ich bin weg, ich bin weg. Ja. Ich bin weg. Ich hab wieder jemanden mit der Bombe getroffen. Oh, helfe, helfe. Jemand. Ey, Wex, bist du das? Ich bin verletzt. Ich hab das für dich. Der hat gerade weggerannt. Ach so, nee. Jemand, der mich angeschossen hat. So. Oh, Wex. Nee, Fuka, ich liebe dich voll. Du hast mir eine Bombe geschenkt. Die Bombe war cool. Schenk mir jetzt noch bitte jemanden eine Bombe. Wex, ich hab dich. Zwei Mal erwischt. Ich hab dich zweimal erwischt. Ja, Wex, was? Ach so, das. Aua, aua, aua. Okay, okay. Das wird doch etwas einstecken. Das ist wieder top. Fahrt auf zu Geranin. Ich brauch Heino. Was ist eigentlich? Ich hab die neue Katti. Oh, ich bin gerade bei ihm. Mann, was für Schweine. Ich bin gerade besser an meinem Team zurück. Warte doch mal, Mann. Ja, komm, komm, komm. Alter, woran geht der denn hin? Ist der behindert? Komm, für... Ich bin halt. Gut, dass du da warst. Bam, bam. Ach so, hinter uns. Da kommt jemand. Da kommt jemand. Komm, mehr oder sogar. Ah, ich hab den. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Oh, danke. Von hinten kommt auch noch ein. Ja, ich bin... Äh, Hilfe. Ich bin hier. Bist du abwechst? Bist du das? Du bist so ein Assi. Kommt einfach von hinten. Hinten. Wie ne Feige Sau. Ich könnte dir den Ball beschenken, aber, ne? Oh, der Wex wollte sich etwa da rausschmuggeln, ne? Ja, Mo, er wollte sich rausschmuggeln. Will mich jemand heilen und sag mir heim? Ja, woher hab ich da nicht getroffen? Kathi, du woll'n heim? Äh, ja. Hier, hinter dir. Okay, die Chance, dass ich jetzt geheilt werde, ist ganz, ganz niedrig. Wex! Hab dich geheilt. Danke. Wex, ich komme auch. Wasporex, hallo? Ich hab dir was zeigen, meine Faust. Junge. Okay, fertig. So. Ist sogar richtig aggressiv. Sorry, ne, es war nur Spaß. Ach, ich bin noch nicht aggressiv. Was soll mir hier gegen... Was geht? Was geht? Oh, das ist der Nahkampf. Komm, hilf mir, Brian. Na gut, der Darth sagte mir wohl, dass das, wenn du getroffen wirst und dann selber in der Zeit angreifst, dann zählt dein Nahkampf nicht. Ich helfe dir. Was ist das für ein Mist? Ja, also wenn du eine Verbesserung auf der Waffe hast und... Oh, super. Sorry, sorry, sorry. Das war ja jetzt mal voll. Kann ich mich entschuldigen bei dir? Okay, komm. Sorry, Junge. Ah, nicht. Ist voll der Unsoziale. Wo sind die Gegner? Na, schalalala. Ach, ich bin echt da. Der hat mich geheilt und ich glaube ihm den kill. Ich hab dich geheilt. Ähm, er wollte mich aber auch einen. Ich bin weggekrabbelt. Und bei bei. Im Ernst? Oh, wegs. Ich hab's so gewusst. Das war echt mies. Oh, nein. 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 Nein, das war mein kill. Ich hab also jetzt aber wirklich Kauppunkte. Ach, am Arsch. Wow. Am Arsch hast du getroffen. Aua. Ich glaub der Ryan malt mich nicht mehr. So, jetzt frag ich mal ernst zu spielen. Ja. Ernst zu spielen. Oh, ich find das dumm, wenn die Leute dann einfach rausgehen, ne? Ja. Ja, das find ich auch. Ich find das sollte noch härter bestraft werden. Ja, echt? Ob das mal irgendwie rausgegangen? Ja, bei euch. Wirklich. Ich hab ne Bombe. Ich hab ne Bombe. Ich muss jetzt wechseln. Das würde jetzt erklären, warum wir verlieren. Oh, ihr wart schon vor allem. Nein. So. Was ich dann ganz streckig... Was? Hier hat jeder jemand mit der Bombe. Sehr gut. Siegtacke. Die lassen sich aber auch die Bombe töten. Ja, irgendwie. Warst du das Fax? Das war Fax. Das war echt... Ne, das war dieser komische... Oh, 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 bla. Blut aufpassen. Ne, ganz vielen... Ich hab's ne aufgewertete Waffe, wenn's jemand interessiert. Oh, ich sah umliegen Vorräte für mich. Oh. Und bei dir ist einer, Kathi. Nein! Sehr gut, Kathi. Komm, 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 komm. Nächens Feuer, nächens Feuer. Dankeschön. Warte mal weiter, ich habe dir. Weil die Runde nicht nur zu wenig Vorrede hat, sondern auch zu wenig Kills, alles. Weil wir sind nicht mehr Freunde. Ich habe euch auch danach gehasst, von ganzem Herzen. Ich würde euch nicht hassen, ich würde wirklich gerne mal gegen euch spielen, glaubt's mir. Ja, aber dafür nehme ich das Spiel doch nicht zu ernst. Aua, Aua, Wex, hör auf, auf mich zu schießen. Ich höre einen Schuss für Reusche bei mir. Wex hat aber einen Sniper, das hört sich anders an. Schießen. Ah, verdammt. Hol'n dir, hol'n dir, hol'n dir, komm Kati. Ich bin bereit. Was, wo war das, im Ernst? Also, okay, ja, okay. Alter, echt, weg. Ja, ich hab, ja. Ja, nicht, ich treffe irgendwie. Ey, ohne Wiss, da hat ein Mäulchen geschenkt. Im Ernst? Ja, das war ich wegs, Kopftreffer. Ich hab locker fünfmal den Kopf getroffen. Naja, aber Bruga hat mich gehalten. Ich hab viermal Kati wieder vollgehalten. Sie war immer so auf Gelb und dann wieder voll. Äh, helft uns hier mal. Ja, wir sind da. Also, wir kommen. Wie kommen die? Oh nein. Hinter mir, Bruga. Ha, ich glaub, du hast es bemerkt. Der zwei Molotow-Cocktails, der ist ja böse. Äh. Der voll der böse. Wex hast die... Ja, Wex. Der Wex klaut jetzt seinem Teammate hier die Kills. Oh, das gibt's doch nicht, dieser Matschi-Eck 1989. Oh, das wird so böse. Machi. Alter, mein Statistik ist für den Arsch. Machi, Machi. Machi, Machi. Das gibt's doch nicht mit seinem scheiß Schallgedämpften. Wer schießt mit einem Schallgedämpften Maschinengewehr, bitte. Machi. Machi. Der kleine Amati. Oh, wow. Gott, hab ich mich gerade erschreckt. Draußen war volles Fahrrad, das angehalten hat, hat gequietscht, dachte, jetzt kommt der Klicker angeraten. Oh, Mann. Hau, 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 hau. Hau, hau. Hau, hau, hau. 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 Hau, 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 hau. Hau, hau. Hau, hau, hau. Ha, hau, hau. Rutscht da die Treppe runter und brennt nur. Hau, hau. Gucken, Baby, burn, baby. Bigger hat mir eine Bombe geschenkt, ist aber lieb. Oh, ich will die Bombe. Da haben mir auch eine Molly geschenkt. Ich habe noch 10 Kills und dann hat sich die Sache. Lass ich ausrücken. Katja, warte, hab was und zwar nein, 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 nein. Was ist das? wenn auch Bombe und trotzdem haben auch irgendjemand von euch ist gut ich nicht die Penner schmeißen hier Molli war wohl ich will dich halten ja komm halt vor sich in der Suche ein Jahr ich bin so blöd ich hab's nicht geschnallt aber ich will so ihr Volkartee ich bin nicht zu tun die Hälfte nicht zu finden Ryan und ist bei der Ersäge zu wissen so ein Asi wo ist das ach da wenn sich heilen ist jemand zum heilen aufgefordert bitte 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 tötet ihn nicht ich muss mich an ihm lachen ich konnte mich nicht bewegen keine warum nein nein verdammt nein okay sagt ryan das so ein kumpel von mir der lacht echt also was lernen wir aus diesem part wachs ist ein assi und er kann zu ziehen bis zum nächsten part immer gegen euch wiedersehen